Hallo Vivien, ich habe es geschafft, wir sind ankommen. Wir haben den Eurospacecamp auf 5364 Meter. Ich habe natürlich die Jacke, die ich gehofft habe, mitgenommen. Ich bekam natürlich mein Lieblings-T-Shirt, den ich für die Gruppe geschenkt bekam, vor ein paar Jahren. Wo hinten nur die Namen drauf ist. Und jetzt wollte ich dich ja noch da verewigen. Leider habe ich ja nicht so viel gesehen. Aber das war wirklich die härteste Challenge in meinem ganzen Leben. Ich habe das hier geklappt. Ich bin hier nicht gehofft. Wir sind sehr hoch, man kann fast nicht atmen. Und jetzt schaue ich hier noch irgendwo hier oben. Hinschieben. Lebi. Wenn du auch verewigen bist und ein Herzchen. Und du bist die Beste. Beste. Hier. Beste. 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 Vivien. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Vivien. Ich finde es mega schade. Scheisse. Jetzt müsste ich mehr kurz sehen. Ähm. Ja. Leider geht es halt nicht. Warum müssen wir beide? Oder beide halt nicht so genau. Aber ja. Ich bin hierher gekommen. Ich habe das so etwas, was dir widmen. Ähm. Die Reise. Und das möchte ich dir schicken. Mit der Post. Natürlich auch mit anderen Sachen. Weisst du hier gewesen. Beim Everest Base Camp. Der Name ist schon für ewig getroffen. Und schau mal die Berge an. Die Wand über. Das ist ein Wachstum. 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 Und ich liebe dich von Alfred. Tschüss.